jo leute und willkommen zu diesem video ja ich hatte schon ein paar mal angekündigt dass ich euch mal mein aufnahme setup vorstelle man muss natürlich gleich dazu sagen es sieht bei weitem nicht mehr so krass aus wie früher mit den roomtouren als ich noch drei gaming drei monitor gaming setup hatte und hier noch ein tisch rum und und alles drum und dran aber es ist nur noch aufs nötigste reduziert und es reicht zum aufnehmen liebe vorne und ich stelle euch das jetzt mal so grob vor es wird nicht allzu lang das video nur dass immer wieder auf dem neuesten stand sein lieber vorne also wir fangen mit meinem herzstück an mein gaming pc wo ich die ganzen videos für euch aufnehmen und schneide hat wir technisch hat sich nicht viel getan es ist immer noch ein amd fx 8350 der reicht für alle spiele für alle alles rendern für alles reicht ja auf jeden fall noch in full hd spiele ich ja sowieso nur da mein monitor unterstützt passt reicht für alles auf ultra genauso wie meine grafik hatte die amd r9 290 x von seffire liebe vorne das riesenteil sprengt mein ganzes gehäuse also reicht auch aus auf jeden fall dann mein gehäuse ist das nz t phantom 630 oder so ich kenne mich da gar nicht mehr so richtig aus als ram habe ich 16 gb kingston rahmen dann habe ich da noch eine 240 gb ssd drin eine 1 terabyte festplatte und eine 2 terabyte festplatte liebe vorne und dann habe ich noch die wasserkühlung course rh 100i verbaut ja reicht kühlt das ding ordentlich so dann habe ich hier als anlage die z906 müsste das sein 500 watt rms sound hat das teil also die ballert ordentlich 500 watt rms das ist schon zu viel um das in einer wohnung auszunutzen liebe vorne so dann haben wir hier mein mikrofon mit dem ich euch jeden tag voll aber das ist das auch damit 900 b mit einem pop schutz und diesen mirk arm den ich euch letztens noch vorgestellt hatte den kann ich hier schön verstellen und perfekt aufnehmen beste wo gibt liebe vorne dann als maus nämlich die rocket teilen schickes ding braucht keine sau aber hat man sich früher halt so gegönnt ich habe die ganzen tasten das alles hier noch nie benutzt muss ich ehrlich gestehen ich brauchen die idee und das mausrad mehr brauche ich nicht liebe vorne mein handy ist das iphone 7 plus 128 gb ja ist nicht das neueste aber reicht auf jeden fall aus ihr wisst ja ich bin nicht mehr so technik affin ich bin eher im auto business oder bereich jetzt unterwegs und deshalb die hardware habe ich nur noch halt um jetzt die videos zu schneiden und dafür reicht es völlig aus so dann als tastatur habe ich die rocket rise mk pro zu sehen an denen an den kopfhörer anschlüssen und hier den busb anschlüssen man muss dazu sagen die hat leider schon einige leds hier wie ihr seht sind schon flöten gegangen aber das ist ein bekanntes problem das haben viele im netz naja passt geht es eine mechanische tastatur ich weiß gar nicht welche cherry mx cherry schalter ich da drin habe keine ahnung weiß ich nicht mehr dann als tablet habe ich das ipad air 2 mit diesem also das erste mit dem fingerabdruck scanner als notebook habe ich das asus notebook keine ahnung und als gaming laptop den msi gp60 2p leopard mit einem intel core i5 und gt 48m das ist von der msi gaming gseries laptop ja reicht zum zocken und vor allem auch vom rendern her der i5 der knallt ordentlich muss man sagen ja und natürlich als lenkrad womit ich für euch immer silica driving aufnehmen das ist das logitech driving force gt hat hier einen 900 grad lenkwinkel also perfekt um halt rennspiele beziehungsweise silica driving aufzunehmen da das einfach noch perfekt funktioniert es gibt es glaube ich auch schon gar nicht mehr zu kaufen da das schon ausverkauft ist glaube ich beziehungsweise gar nicht mehr hergestellt oder produziert wird gibt es nur noch gebraucht aber das tut ja nichts zur sache und als webcam wo ich immer meine phrasen film liebe freunde nämlich die creative live cam chat hd oder irgendwie so heißt das teil ich habe übrigens das ganze video hier schon mal abgedreht leider aber mit meinem handy und die qualität die sagt ordentlich alt dies so schlecht das ist unglaublich deshalb muss ich das jetzt noch mal mit meiner kamera filmen die auch hundertmal abgeschmiert ist weil die braucht schöne batterien und die war natürlich alle leer so also schneiden tue ich übrigens ja genau kann ich euch gleich zeigen mit magix video deluxe mx und meine fraisen für mich mit movie maker ganz normal hier oben indem ich webcam video statt hier seht es so jetzt hat sich die sonne aufgehangen geht gut dann liebe freunde was das mit meinem kleinen aufnahme setup ich zeige euch das noch mal von der seite ihr seht auch zum beispiel ps4 und ps3 und der ganze schnulli ist alles gar nicht mehr hier das habe ich alles weg verfrachtet erst nutze ich das meistens ähnlich und zum zweiten ihr seht hier ist kein zentimeter mehr platz um irgendwas auf den schreibtisch zu stellen somit musste die leider dran glauben erstmal aber ich habe sie noch keine angst liebe freunde nur eben nicht auf dem schreibtisch so also jetzt habt ihr mal meine aufnahme setup noch mal gesehen ich hoffe das video hat euch gefallen schaut bei instagram vorbei lasten like da abonniert hier irgendwo und ich würde sagen sehen wir uns im nächsten video wieder ich hoffe es war sehr ausschlussreich wie ich jetzt zeit aufnehmen oder lebe vegetiere vor mich hin liebe freunde rein bis zum nächsten mal und